Opfere niemals deine Integrität und verachte dein Erstgeburtsrecht nicht. Jakob hatte gerade Linsen gekocht. Gib mir schnell etwas von dem roten Zeug da, rief Esau. Ich bin ganz erschöpft. Jakob sagte, nur wenn du mir vorher dein Erstgeburtsrecht abtrittst. Esau verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder. 1. Mose 25, Verse 29-33 Um der augenblicklichen Freude willen gibt man zu viel den Wünschen und Neigungen nach. Da fehlt der echte innere Hunger nach geistlicher Stärke und himmlischer Weisheit. Den Versuchungen wird nachgegeben, die Lust befriedigt. Und das trennt von Gott. Du erinnerst die Sache mit Esau? Er erreichte den Wendepunkt seines Lebens, ohne es zu wissen. Was er als eine Sache ansah, die kaum einen Gedanken wert war, war die Handlung, die seine vorherrschenden Charakterzüge offenbarte. Sie zeigte seine Vorlieben und wie gering er das schätzte, was heilig war und an dem er unverletzlich hängen sollte. Er verkaufte sein Erstgeburtsrecht um eines kleinen Genusses willen, der sein momentanes Bedürfnis befriedigte. Dies bestimmte den weiteren Verlauf seines Lebens. Für Esau bedeutete ein Bissen essbares mehr als der Dienst für seinen göttlichen Meister. Wenn das Volk Gottes doch nur bedenken würde, dass eine einzige falsche Handlung einen Fleck in der Geschichte und in ihrer Erfahrung hinterlässt, der einzig und allein durch das Blut Christi abgewaschen werden kann. Jede Handlung im Leben sollte sorgfältig überdacht werden, denn sie schickt wie eine sprudelnde Quelle Ströme des Segens oder Ströme des Bösen in die Welt. Wer seine Bibel kennt, sollte das Leben Christi führen. Alle sollten bedenken, dass sie ein Werk tun, das bis in die Ewigkeit reicht. Niemand in unserer Welt kann eine selbstsüchtige Handlung tun, ohne in der Gefahr zu stehen, sein geistliches Erstgeburtsrecht für einen Eintopfmahlzeit zu verkaufen. Sie sollten sich daran erinnern, dass Esau von seinem Verlangen beherrscht wurde. Triebe und Neigungen regierten diesen Mann und er verkaufte seine Seele, um seinen Appetit zu befriedigen. Macht das auch irgendjemand unter denen, die die Wahrheit für diese Zeit kennen? Seht darauf, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser, wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Wie viele, deren Namen auf den Gemeindelisten stehen, werden um egoistischer Vorteile willen ihre Integrität opfern und die Konsequenzen riskieren, weil sie ihr sinnliches Verlangen befriedigen wollen, tappen sie ungeschützt in Satans Fallen. Sie lassen sich vom Egoismus dazu treiben, ihren inneren Frieden und ihr Seelenheil zu verkaufen. Nachdem Esau seinen Hunger gestillt hatte, bedauerte er, was er getan hatte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Möge der Herr geben, dass sich jeder, der den Namen Christi nennt, von allem Unrecht abwendet. Möge der Herr Möge der Herr Möge der Herr Möge der Herr